Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich dieses Schulungsvideo zu ICS Impulse anzusehen. Wie das Video zeigt, können Sie in einer Minute und zehn Sekunden die vestibuläre Funktion beider Ohren beurteilen. Der gesamte Test einschließlich Eingabe der Patientendaten und Berichterstattung dauert weniger als zehn Minuten. Weitere Informationen finden Sie unter headimpulse.com und im Benutzerhandbuch.